Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde DAISY Standalone. Wir sind immer noch hier und werden uns jetzt mal gerne Lager durchschlagen. Natürlich noch ein bisschen technisch mitnehmen was wir kriegen können. Das ist dieses Problem was dieses Wägelchen hat leider. Keine Ahnung was das ist. Aber egal, es ist halt so. Wir ignorieren das jetzt mal. So. Da gehts raus, aber wir fahren mal hier längs. So, wir haben uns ja relativ schon alles angepuckt. Jetzt noch eine Schule. Und Industrie und Kirche und und und. Wir werden hier noch mal kurz Stoppy Woo machen. Autsch, der ist gefallen. Ich bin tatsächlich aus dem Ding gefallen. Herr Pfarrer, kommen Sie mal da her. Ach, was hier? Ich seh gerade. Jetzt sind wir die Teile für mein Auto, was da oben steht. Ja, nütze. Na. Amidze brauchen wir nicht. So, wir gucken uns auch mal die Schule an. Ich weiß nicht, ob es da oben was Gescheites gibt. Wir fahren mal oben rein. 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 Hm. 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 Was ist das denn? Könnte noch interessant sein. Hm. Hm. Wo geht's hinunter? Ja. Scheidebauern nicht so, die Welt. Da ist noch eine Fahne. Oder? Warte. Ich muss unbedingt noch ein paar Fahlenmasten bauen. Mit so vielen Schick und verschiedenen Flaggen. Wollen wir mal ein bisschen was zeigen. Wollen wir mal ein bisschen was zeigen. Wollen wir mal ein bisschen was zeigen. Okay. Oh. Ist ja auch nicht so. Aber wir haben eine schicke Flacke gefunden. Das ist doch schon mal was. Ist das ein Feuerzeug? Ist das ein Feuerzeug? Ja. Genau. Schülern beim Rochen abgehen dann wahrscheinlich. Hm hm hm. Hm hm. So, hier nochmal ein Blick rein. Okay, gut. Wir laufen da mal rüber. Ich weiß nicht unbedingt, das Auto mitzunehmen. Oh, da steht noch einer. Ich glaube, das ist Schrott, ne? Ich brauche noch eine Beifahrer-Tür. Oh. Ja, den nehmen wir mal mit. Licht ist immer wichtig. Wenn dann endlich mal unser Baseball weitergeht, brauchen wir auch gutes Licht. Und viel Licht. So. Das war es ja schon wieder. So. Ne, halt. Ne, doch. Ne, halt. Das Gebäude geht auch. Hm. Keine Tür. Doch, doch. Laufschuhe und ne Metze. Die Tür kommen wir nicht zufällig hoch. Ich glaube ja. Könnte man nur. Ich krieg die ja nicht unter. Das müssen wir uns mal merken. Das ist zwar eine blaue. Also, mutscht eigentlich. Hauptsache Tür. So. Motorarbeitet keine mehr. Ja, los. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Das sieht zwar ziemlich trüge aus. Reifen. Okay. Und nix. Na klar, jetzt draußen ist auch nix. Okay. Aber was essen mussten wir mal. Hm. Was haben wir denn noch so schönes? Mit Pulver, oder? Hauen wir uns das mal rein. Ja. So. Okay. So. Hopp. Ich muss den Laster herholen. Hier steht noch einer. Ich bin seriös. Oh. Das ist aber ein Dingens hier. Das ist ein. Prinzipiell fahrbarer. Aber auch ohne Motorhose. Okay. Ein größerer Defekt. Was fehlt ihm denn? Eine Batterie fehlt ihm. Okay. Die hätten wir sogar mit. Poconoa in Form. So. Der hat aber auch. Leider keine Motorhaube. Ein bisschen alles schönes. Spitzhacke. Die muss ich eigentlich noch mitnehmen. Ach. Jetzt hat er die Böse hässlich hinten dran. Nein. Okay. Wo war ich schon mal in so einem Gebäude? Der vierte? Der vierte? Der vierte? Was ist wieder so ein. Ding. Gehstock. Mal überlegt. Wie es heißt. Äh. Scheint doch eins mal zu sein. Wo sind das Gebäude auf jeden Fall. Ja. So viel zu sehen. Es endet in einem Klo. Okay. Okay. So viel zu sehen. Okay. Das kommt doch her. Was ist denn du? Du hast schönes mit. Nee. Der hat auch nix mit. Alles dicht. was ist das? was ist das? ok was kommt drum herum? dieser absatz ok gut holen wir mal unseren lkw ein klein bisschen vervollständigen hopp es gibt noch eine ganze Versammlung ja komm her wenn die so schön naheinander kommen, geht das alles komm, wo ist sie denn hin? doch mal hier dann geht das aber wenn die so geballt kommen, dann kann das, wie ihr auch schon gesehen habt, schnell in die Hose gehen so haben wir noch ein paar wo ist sie? Untertitelung des ZDF, 2020 So, es hat gerade unsere Tür gelöscht. Wir machen hier mal einen ganz kurzen Cut.